Herr Vizekanzler, Steiermark oder Wien? Beides. Hund oder Katze? Beides. Tesla oder E-Bike? E-Bike. Twinnie oder Jolly? Ich habe mir immer Twinnie gehabt, glaube ich. Grün-Orange. Ja, das ist Gelb-Rot. Gelb-Rosa. Sport oder Kunst? Beides. Vizekanzler oder Bundesminister? Ich bin beides. Sturm Graz oder TSV Hartberg? Ja, beides. Die Hartberger sind wir geografisch näher ursprünglich, weil ich dort aufgewachsen bin. Und seit Sturm Graz-Fan bin ich aber, obwohl ich in Hartbergs Haus war, auch schon seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr. Gänsehäufel oder Griechenland? Schwierig. Ich fahre lieber nach Südfrankreich und nach Ligurien. Schilling oder Euro? Lena Schilling für den Euro. Instagram oder TikTok? Ehrlicherweise hoffe ich, dass die Welt der Social Media wirklich einmal innoviert, dass der Begriff Sozial eine Bedeutung kriegt. Momentan sind sie eher unsozial. Und es sind da, egal ob sie in China beheimatet sind oder in den USA, wird sich die Europäische Union etwas einfallen lassen müssen, um das in die Bahnen zu lenken, dass wir unsere Demokratie nicht gefährden mit dem ganzen Blunder. das ist mein Welt hier. Achtung,